Ich bin Jens, das hier ist hineingestolpert und wir spielen weiter Beholder 3. Gut, unser Ziel jetzt den Herrn Günzel drankriegen. Wir müssen das Geld für den Erpresser zusammen kriegen, das ist dringend. Tja, dann müssen wir den Nachhilfelehrer finden, Kollegen aus der zweiten belasten. Und 10.000 Ansehen erregen. Gut, alles doch kein Problem, wir gucken erstmal kurz oben. Hast du, kommst du damit vielleicht wieder klar? Gut. Versuchen wir es mal hier. Ich wollte zu deiner Mutter, verdammt Mama. Der Musiker. Der ist zwar ein Asozialer. Ist es vielleicht gut genug? Und wie geht's da? Du hast mir... Ich muss doch sehr bitten. Du hast mir einen Briefumschlag gegeben, den ich ins Ministerium bringen sollte. Natürlich bin ich ein Spitzel. Meine Güte. Meine Güte. Puh, Puh, Puh. Gut, hier ist ja keiner mehr. Kann ich vielleicht inzwischen wenigstens die Wohnung vermieten? Wieso habe ich die verdammte Studentin rausgeschmissen? Nee, das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt, dass sie Nachhilfe geben könnte. Kann ich die Frau Günzel vielleicht mit dem Beweis... Oh, also das war... das mit der Glühbirne war... äh... 1616. Das müsste... die Maria gewesen sein. Die Mutter... Genau. Ich erpresse die mal. Haben wir die irgendwo in der Nähe? Da. Komm, jetzt habe ich dich in der Hand. Da geht nichts. Verdammt. Nein, ich will... hier. Mein Gott, ich will mit... Ach, das bringt mir nix. Das bringt mir nix. Boah. Boah. Ja, meine Fresse. Ja, okay. Mit ihrer Mutter hat sie recht. Die kann ich genauso wenig leiden. Komm. Bitte. Nimm dich. Komm, vielleicht, wenn die zu Hause ist, ein bisschen mehr. Ja. Ja. Spiek, kitty. Teketokurumba. Strockbandedol. Limba. Sovsem beku kumbe. Teketokurumba. Tocznie kumbe. Tutupara. Mache. Rambadiddu. Hengadabo kutub. Mein Neneo. Kutub. Noo gaga. Rukutamba. Hal. Mn. 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 Riech ich noch mehr aus dir raus? Kannst du meinem Sohn was beibringen? Boah, komm. Irgendwie... Verdammt! Irgendwas... Komm, irgendwas... Muss Geld einnehmen. Ich brauche Infos. Noch irgendwas Neues. Das noch und dann muss ich hier raus. Die habe ich noch nicht durchsucht. Gut, viele neue Infos. Das bringt viel Geld. Ist hier irgendwas Neues drin? Habe ich ewig nicht mehr reingesehen. Nee. Boah, langsam geht mir die Zeit. Profil für den Sulinger. 800 hat mir das mal eingebracht. Gut, das ist natürlich aktuell kein Beweis mehr. Ich habe sie erpresst, aber es bringt mir nichts. Gut, über den Jungen wissen wir jetzt, dass er traurig ist. Aber mir fehlen immer noch 900. Ich will die nicht anscheißen, weil die ein Buch liest, verdammte Hacke. Hier ist alles okay. Was soll ich denn hier? Ich wollte ins Ministerium. Dann probiere ich nochmal aus, ob ich dem irgendwas unterschieben kann. Ich brauche die Beförderung. Ich brauche das Geld. Aber ganz dringend. Und den Kinderschläger, den will ich auch noch dran kriegen. Ne, wir machen erstmal das Büro. Das ist jetzt eiliger. Das trifft sich doch gut. Wir warten noch, bis er raus ist. Dann hole ich mir auch den Pass wieder. Ach, den habe ich mir schon wieder geholt. Gut, mit Drogen kriegen wir sie alle dran. Vielleicht wird dein Büro frei. Es tut mir echt leid. Ähm, Bericht. Beamte. Wilhelm Bürger. Drogen und Drogen sind die Verordnung. Ich habe jetzt schon mehrere Leute mit Drogen angekriegt. Eigentlich müsste ich es mir gemerkt haben. Aber irgendwie Drogen 60, 28. Und es ist der... Bürger. Gut, das brauche ich gar nicht annehmen. Es war jetzt natürlich idiotisch, dass ich ihn gemeldet habe, bevor ich... mal... Das wäre nochmal Geld gewesen. Es wäre nochmal Geld gewesen. Ja... ... ... ... ... Tut mir leid Willi, gerade weil da auch ein Sohn an der Frank verloren hast, aber ich brauche das Büro. Oh Gott, am Anfang habe ich nur bei Kleinigkeiten überlegt, jetzt liefere ich hier einen nach anderen aus mit gefälschten Beweisen, nur um aufzusteigen und das Geld zusammenzukriegen. Äh, den Müller. Ja, habe ich doch gerade. Ja, ich habe Neuigkeiten. Den Bürger. Ich habe eine Beförderung verdient. 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 Das kann ich ja nie wieder zustellen. Der ist nicht mehr da. Ich kann bezahlen. Sehr schön, ich bin aufgestiegen. Aber ich brauche dann hier die Kamera nicht mehr. Ich habe natürlich jetzt Struck am Bock. Geht's dann so, Frau Kampffliegerin? Ah, sie mag Waffen, das Militär ist schon mal spannend. Ja, einer drin. Ja, einer drin. Oh, der ist in der Reformabteilung. Ja, manchmal muss man sich auskennen, da hast du schon recht. Ja, wir sind beides Familienmenschen. Wahr, das ist wahr. Wie geht's denn in ihrer Familie? Sein ganker Vater. Interessant. Der sieht gutmütig aus. Ist das ein Paragrafenreiter. Hi, ich bin Schwarz, der Frank. Röckert Philipp. Also, Tach. Röckert Philipp. Schwarz, Frank mein Name. Oh, ist der geil. Den finde ich jetzt schon gut. Wie geht's denn so? Das ist ein Beispiel. Hier ist ein Beispiel, das ist ein Beispiel. Hier ist ein Beispiel. Der ist ja geil. Oh, der schläft auch mit der Dienstvorschrift unter dem Kopfkissen. Oh, ist das ein System, Heini. Meine Fresse. Ach du Heiliger. Das ist ja, als wenn man sich mit einer Dienstvorschrift unterhält. Habe ich hier irgendeinen Zugriff? Okay. Äh. Äh. Nein. Ich muss zu Sabine. Ah. Ich brauche Ausrüstung. Nein, ich brauche keine Ausrüstung. War ein bisschen zu spendabel mit meinem Geld. Aber ich muss zu Sabine. Ja. Ich habe immer noch keinen Nachhilfelehrer. Sabine. Ja. Ich habe es bezahlt. Ja. Ich habe es bezahlt. Ja. Ich hätte lieber die andere absägen sollen. Das war die Einzige, die Ahnung hatte. Oh. Shit. Worüber habe ich vorhin gar nachgedacht. Was gibt's denn? Ich steh bereit. Gut. Machen wir das mal. Wollt ihr die, äh, die Originale? Genau. Gut, dann ist das am rechten. Gut, haben wir gemacht. Wollt ihr mich gerade in den entscheidenden Halbmast, Vollmast? Jep, ich bin's. Flagge es geht. Ich bin bereit. Gut, hab ich jetzt genug, um die Rechnung zu bezahlen? Also ich kann schon mal die Wehrpflicht Ersatzzahnung leisten. Ich muss was kaufen. Ich kann hier den, aber ich kann den Apfel verkaufen. Hier, den verkaufe ich mal. Boah, den Wecker hab ich noch nicht gebraucht. Die Zeitung verkaufe ich. Bier verkaufe ich. Kommt der Kuchen weg. Die Brille kommt weg. Dann holen wir die zwei Sachen. Und dann kann ich endlich die Rechnung nämlich auch bezahlen. So, das haben wir erledigt. Zeit. Ich hab wohl noch keinen Nachhilfelehrer. Kann ich einen neuen Mieter? Postbote. Bankangestellte. Boah. Versuchen wir mal, ob einer von beiden Interesse hat an Nachhilfe. So, versuchen wir es erst mal hier. Ja, schön hier zu sein. Ja, ich bin der Hausverwalter. Komm, Nachhilfe? Wie geht's hier sonst so? Verdammt! Letzte Hoffnung. Der Handelsreisende. Der Handelsreisende. Und da ist der Handelsreisende. Und das ist wie Wugend. Und das nicht? Der Handelsreisende. Das ist der Handelsreisende. Egal. muss ich wissen, ob du alles in Ordnung hast. Dankeschön. Verdammt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass einer von beiden sowas zu nötig ist. Okay. So. 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 halbwert erledigt was ist das denn für eine kettig mann mal gibt es denn hier irgendwas neues in sachen drogen von töchterchen nicht dass er irgendwas versteckt hat so weit gäbe es nämlich nach sich dann dran bin gut da ist nichts alle draußen sie ist da spritte ist da und die büros habe ich überwacht hier habe ich auch meine kameras dürfen nicht zu viel mehr drin ich muss es wieder weg bringen ja sobald der junge wieder da ist das hole ich schon mal damit ich es beim nächsten mal sofort zur hand habe grammatik buch machen wir erst mal das und wenn sie schade aus euch kriege ich nicht mehr aus da ist er doch das buch reicht nicht ist doch scheiße jetzt habe ich viel geld für das buch ausgegeben und kann es nirgendwo einsetzen wo ist meine frau wenn ich sie brauche da hast du haushaltsgeld du hast recht hmmm du hilfst deinem bruder auch nicht das finde ich jetzt alles ziemlich das finde ich jetzt alles ziemlich ich würde ihm ja gerne helfen das fahrt du bist das nicht Irgendwie... Langsam kriege ich ein Problem. Ich rede noch mal mit dem Zulänger. Oh, 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 oh! Oh! Endlich! Ich hab ihn erwischt. Endlich hab ich ihn. Ähm... Die 6027. Gerhard Günzel, 6027. Na? Hallo? Den Bichenbagi. So. Das will ich sehen. Das muss ich jetzt genießen. So. Herr Günzel. Und das hast du dir redlich verdient, guter Mann. Wieso war der grad zweimal im Bild? Ah, sehr schön. Das Problem haben wir gelöst. Jetzt stehen wir immer noch vor dem Problem, dass wir keinen Nachhilfelehrer für Alex haben. Das Grammatikbuch bringt mir gar nichts. Und ich muss im Ministerium rausfinden, wer an der Reform arbeitet. Das, ähm... Ich befürchte, dass mit dem Nachhilfelehrer wird nichts. Die Reform. Eigentlich müsste ich mich darauf konzentrieren. Naja, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Lasst ein Abo da. Ähm... Am... Am.